So, mit der Leiter vielleicht? Ja, komm wir. Wir gehen mal mit der Leiter runter. Doch, ja gut. Macht wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Äh, was? Prekation alta presion. Was auch immer das heißt. Äh, die Ohre frei bekommen. Kann ich hier ne Waffe nutzen? Den kann ich gar nicht, ne? Im Wasser. Alter, ich hab doch keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay. Ich guck erst mal so an der Oberfläche, was man hier so alles findet. Äh, komm ich hier... Warum komm ich denn hier nicht dran vorbei? Hä? Ich komm hier nicht dran vorbei. Warum nicht? Versteh ich nicht. Okay, keine Ahnung. Macht gar keinen Sinn. Egal. Ähm, ich glaub ich muss einfach runter, ne? Ich guck mal, was es unten so gibt. Was ist das hier? Nice. Äh, die Tür? Geht die auf? Nö. Okay. Ja, 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 ja. Alles klar, Dani. Alles ist gut. Geht's wieder? Wo müssen wir denn hier hin? Ich sehe ja gar nichts hier unten. Mal gucken. Ich geh einfach mal hier den, den Lichtern nach. Okay, das geht nicht. Aber da muss ich ja irgendwie dran kommen, oder? Oder nicht? Nee, hier muss ich nicht dran. Oh mein Gott. Ist ja gut. Okay, was? Ich muss da reinkommen. Ich muss herausfinden, wo die Rohre blockiert sind. Die Chefin hat eine gewisse Obsession in ihrem Büroschrein versteckt. Wahrscheinlich hat sie das, ja. Ähm, ich geh mal hier runter. Wo geht's denn hier hin? Oh, 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 hallo. Okay, ist das hier eins dieser... Okay. Okay, das hat was gebracht. Sehr schön. Schön. Okay, das Wasser ist direkt runtergegangen. Okay, vom Pegel her. Da hinten sehe ich, glaube ich, noch so ein offenes Rohr. Versuchen wir es mal da. Okay, jetzt verstehe ich auch, was ich tun muss. Bisher wusste ich das nicht. Ein gezielter Schuss. Ich dachte, man muss halt schießen. Aber es geht natürlich auch mit unserer Maräte. So, kommen wir jetzt durch? Nein. War das alles? Oder geht's noch weiter runter? Nee, ich glaube, das war's. Weiter runter geht es, glaube ich, hier nicht. Was gibt's denn hier Schönes? Nichts. Hier kann man auch nix machen. So. Hier allerdings können wir noch ein bisschen Metall abgrabbeln. Au. Okay, hier kann man auch noch runter. Dann gehen wir da mal runter. Warum auch nicht? Hallo? Belligro. Weiß nicht, was heißt. Und wieder unter... Ist das... Wer ist das? Okay. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Ist das eine Soldatin? Oder ist das die... Die Chefin hier? Oh. Das dürften alle gewesen sein. Mal sehen, ob wir jetzt Strom kriegen. Okay. Dafür müssen wir wieder hoch, ne? Scheiße. Kein schöner Tod. Juhu. Das ist wirklich kein schöner Tod. Aber ich weiß auch nicht, wer das ist. Ehrlich gesagt. Oh, ne. Kann ich mir nicht angucken. Das ist übel. Sehr, sehr übel. Einmal klettern. Okay. Da ist die Leiter, damit wir rauskommen. Was ist das für ein Heli da draußen? Ein roter Heli ist über dem Gebäude. I don't like that. So, dann machen wir mal hier an. Mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich gehen die Lichter an. Und die Türen gehen auf. Kann ich mir vorstellen. Let's go. Sehr, sehr schön. Okay. Was zum Henker, ey? Alter. Völlig bescheidig. Das ist unfassbar krank, ey. Das ist wirklich krank, was hier los ist. Mal geben, es gibt ein paar Sachen zum Lesen. Die lese ich auch gleich alle. Ich schnappe mir erst mal das ganze Zeug. Da noch was zum Lesen. Alter. Und hier haben wir eine dicke, fette Kiste. Okay. Das ist das Schatz schon? Das ist alles? Offizielle Mitteilung. Dies ist eine offizielle Mitteilung vom Büro des Präsidenten. Gegen, was? Gegen sie wurde eine einstweilige Verfügung erlassen. Ab sofort ist es ihnen verboten, Erstens, sich dem Präsidenten auf weniger als 300 Metern zu nähern. Zweitens, dem Präsidenten Briefe zu schreiben. Drittens, ihrer Liebe zum Präsidenten in unangemessener Art und Weise Ausdruck zu verleihen. Und viertens, zu versuchen, Unterwäsche zu erwerben, die vom Präsidenten getragen wurde. Bei Zuwiderhandlungen gegen einen dieser Punkte werden sie die volle Macht des Gesetzes zu spüren bekommen. Naja, gestorben bist du. Nur nicht für Jahre. Dann waren sie da tatsächlich da unten. Die wir gefunden haben. Arme Schweine, ey. Also nein, eigentlich nicht, aber verdienter Tod. Alter Brief. Anton, in ein paar Stunden werde ich im Namen von Yara hingerichtet. Es gibt eine Sache, von der ich will, dass du dich an sie erinnerst. Mein Sohn. Du wirst stark werden. Und du wirst hungrig werden. Du musst abwarten, bis du Beute machst. Werde stark. Werde schlau. Höre auf deine Mutter. Vergiss nicht. Du bist ein Löwe. The fuck. Okay. Hier war noch irgendwo was. Ah ja, hier. Persönliche Checkliste. Der tägliche Weg des wahren Yaranas. Erstens, aufstehen mit der Sonne zur Melodie. Von Yaras Nationallehmne natürlich. Zweitens, mein Traumtagebuch ausfüllen. Drittens, vor Elbpräsidentes salutieren. Macht nichts, wenn er nicht da ist. Er weiß es. Viertens, mein Poster von Elbpräsidenten anstarren. Heftig. Fünftens, ein reichhaltiges Frühstück. Sechstens, 20 Kilometer laufen. Fit war sie ja. Siebtens, das reichhaltige Frühstück bereuen. Achtens, eine Stunde Krafttraining, um stark wie ein Löwe zu werden. Neuntens, eine Stunde Yoga, um gelenkig wie ein Löwe zu werden. Zehntens, Zielübungen. Kleine Schusswaffen plus leichte Waffen. Elftens, Scrapbook gestalten. Zwölftens, Abendessen. Regional kein importiertes Essen. Das geht gar nicht. Dreizehntens, in die Flagge eingewickelt schlafen. Und mir vorstellen, in Elbpräsidentes starken, patriotischen Armen zu liegen. Das ist, wie mit Jahren Löffelchen zu liegen. Beten für Kastir? Nie im Leben. Wow! Die hat ja sogar so ein Ding zum Beten, wo sich hinknien kann drauf. Das ist so krank, Mann. Das ist richtig krank. Tief empfundene Nachricht. Lieber Anton, ich hoffe, dass ich nicht versagt habe. Einer meiner Arbeiter, von dem ich geglaubt hatte, dass er ein wahres jaranisches Herz hatte, wurde als falsch entlarvt. Er verachtet meine Hingabe ihm gegenüber und er verbreitete verleumderische Dinge über sie und mich. Ich habe die Gerechtigkeit selbst in die Hand genommen. Ich bedauere nur, dass ich Pacho nicht schon früher losgeworden bin. Es tut mir leid, dass ich diesen falschen Yarana unser Land beschmutzen ließ. Vergessen Sie nicht, dass ich sie liebe, ihre ergebene Dienerin Aguila. Liebesbriefe an Castillo. Ist das Pacho? Das ist Pacho, oder? Höchstwahrscheinlich ist das Pacho, der arme Sack, ey. Ist einfach im falschen Job gewesen. Okay, ich mache mal die Kiste auf. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Okay. Was haben wir bekommen? Liebes Spiel? Wahrhaft, loyal, eine Schrotflinte. Okay, cool. Das schaue ich mir mal an. Zwei Sterne Schrotflinte war das. Mhm, mhm. Wie sieht die denn aus? Nice. Schön. Ein doppelläufiges Schrotgewehr. Ja, das ist so eine Doom-Waffe. So eine Doom-Waffe ist das. Aber der Schaden, komischerweise. Warum ist denn der Schaden so gering? Das verstehe ich nicht. Die müsste da eigentlich richtig abgehen. Okay, was ist das hier? Palme. Achtung, da unten. Okay. Ja gut, die ist wirklich... Ne, die ist wirklich nicht so wirklich das Wahre. Also unsere ist auf jeden Fall besser. Die ist schlagkräftiger. Gut, es ist halt auch nur eine Zwei-Sterne-Waffe, ne? Ich suche die Relaisstation Taino-Gipfel auf dem Banditen-Steilhang. Oh, Relaisstation Taino-Gipfel. Das werden wir tun. Dann wissen wir wenigstens, wo es das gibt. Steht das bei jedem dran? Ah, ne, das steht hier. Da steht jetzt nicht dran. Suche-Libertad-Kisten. Ja, hier steht ganz allgemein. Such die Kisten. Okay. Gut. Neue Fotos. Ja, ja. Gut, das können wir ja noch machen. Äh, ja, Pacho, es tut mir leid, ne? Halt das Haus. Ich hau hier ab. Ganz schnell. Ganz schnell. Ah, Frischluft. Oh, mein Gott. Jetzt weiß ich, ob er das hier gemalt hat. Jetzt weiß ich, ob er das hier gezeichnet und gemalt hat. Okay, das macht jetzt absolut Sinn. Absolut Sinn. Oh, shit, ey. Das ist wie eine kranke Olle. So, was machen wir denn jetzt? Wir sind hier in der Noventarmas. Ich würde gerne einfach mal in diese Richtung gehen. Für Radio Libertad. Und einfach gucken, ob wir da auch locker flockig hinkommen. Radio Libertad. Das haben wir von Bicho bekommen. Ich erinnere mich. Verstärke mein Signal, Dani. Wir müssen den Menschen Musik schenken. Wir müssen auf Sendung und Castillos Propaganda mit Libertadswahrheit bekämpfen. Nur noch eine winzige Kleinigkeit. Dieses Signal ist zu schwach, um irgendwen zu erreichen. Bring die Funktürme auf Vordermann, damit ich vor dem Volk predigen kann. Wir treffen uns also mit Bicho. Machen wir uns da mal auf den Weg. Was war das? Es explodiert da schon wieder, Freunde. Was macht ihr denn? Ich nehme unser Gefährt. Und hoffe, dass wir nicht in eine Flugabwärtszone kommen. Ja, wir grenzen hier an eine Flugabwehranlage. Aber wir grenzen nur dran. Das heißt, wenn wir nicht reinfliegen, ist alles gut. Buntbarisch, Angelgebiet. Schön. Hier finden wir auch einiges an Zeug. Die fliegen einfach drüber. Ja. Da ist es schon. Aber das dürfte ja kein Feindgebiet sein, oder? El Rancho Bicho. Das ist sein eigenes Ranch? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er eine Ranch hat. Aber gut. Jedem das eine, ne? Ist er hier? Oder nicht so? Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Ist das ein Freund oder nicht? Ist mir schein egal. Seid ihr mich angreifst, seid ihr tot. Hier kann man rein. Bicho. Erstmal die Waffe hier krallen. Hi-Fi. Cool. Drei-Sterne-Gewehr. Schaue ich mir direkt mal an. Ein Drei-Sterne-Gewehr. Ja, wir haben ein Vier-Sterne-Gewehr. Aber das ist nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Alles geht nach unten allerdings. Nur die Geschwindigkeit ist besser. Nett. Sieht nett aus. Auf jeden Fall. Aber ich lasse erstmal die Waffen, die wir hier haben. Schlecht geschriebener Tagebucheintrag. Keine Ahnung, warum ich das schreibe. Oh Gott, diese Rechtschreibung. Kann ich ja kaum lesen. Ich schätze, die Dinge laufen okay. Ausnahmsweise mal. Und das ist schräg für mich? Dani ist mal total mein Held. Und ausnahmsweise fühle ich mich nützlich. Als ob ich was zähle. Morgen ist das alles vielleicht vorbei. Aber drauf geschissen. Ich bin auf dem aufsteigenden Ast. Mir ist doch egal, dass du mir einen Mädchennamen gegeben hast. Dad. Fick dich. Bitcho. Okay. Okay, das ist das denn hier. Okay, nichts. Ist Bitcho hier? Keine Ahnung, aber wir haben hier neue Aufgaben, wie es aussieht. Nachricht mit Gift-Symbolkritzeleien. Erinnerst du dich noch, wie krass das Star Rocket Bier war? Ja. Dann habe ich schlechte Nachrichten, Kompai. Statt diesem Nektar der Hopfengötter wird die Brauerei jetzt auf wahre jaranische Produkte der höchsten Qualität umstellen. In Tradition des Marquesa-Rums. Aber das ist nur Marias PR-Gelaber. Hector wurde angestellt, um in der Rumbrennerei zu streichen. Und er meint, ihr bestes Zeug kommt aus den gleichen Fässern wie der Billigfusel. Am besten kauft man das selbstgebraute Bitcho-lastig-volllaufen mit Freiheit. Okay, Schatzsuche. Cool. Okay, da ist Bitcho. Komm sofort zu dir. Kann ich die Musik ausmachen? Die nervt mich gerade ein bisschen. Wo kann ich die ausmachen? Ich kann die nicht ausmachen, ne? Okay. Ausrufezeichen ist auf der anderen Seite. Oh, hier ist noch was. Ein unterschriebener Brief. Mit der Viehhaltung lässt sich einfach kein Geld mehr verdienen. Selbst wenn man das Glück hat, dass Anton und seine Gusanos die Herde in Ruhe lassen und sie nicht für den Ruhm der FND beschlagnahmen, muss man sich immer noch mit dem staatlichen Schlachthof herumschlagen. Dessen Gebühren sind unverschämt hoch, vorausgesetzt sie nehmen das Vieh überhaupt zur Verarbeitung an. Wer auch immer ein Dach über dem Kopf braucht, ist hier jederzeit willkommen, verschließt das Tor und zahlt keine Steuern an diese Regierung. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, aber ob ich zurückkomme oder ob ich zurückkomme. Vielleicht trete ich auch der Guerilla bei. Aber es würde mich freuen, wenn dieser Ort zu einer letzten Zuflucht für alle werden könnte. Die El Presidente hassen. Martin Maldonado, ehemaliger Viehzüchter. Okay, okay, nette Einstellung. Herr ehemaliger Viehzüchter, das bist du dann wohl, ne? So, ja, 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 ich komme ja schon. Ich will nur deine Musik ausmachen, ist das okay? Wir sind fast soweit. Ja, okay, ja, weißt du was, komm, wir reden mal. Willkommen bei Radio Libertad. Hallo. Marquesa hat das Internet gesperrt, also nehmen wir das Radio, um Libertad deine Stimme zu geben. Aber ja, das uraltes Netz macht mir einen Strich durch die Rechnung. Das ist folgend, was weiß ich, 1993. Diese roten Antennenturm-Dinger in der Gegend senden das Signal, aber die meisten sind defekt. Oder zeigen in die falsche Richtung. Ich habe alles markiert, was repariert werden muss. Reparierst und drehst du sie? Für unseren Traum? Mein guter Viehzüchter. Aber sowas von annehmen und verfolgen. Habe ich dir je gesagt, dass ich dich liebe, Dani? Ja. Das hast du. Aber nicht oft genug. So, ich hole mir das andere Zeug hier. Auf der Seite. Wir haben noch was. Aufklärungsbericht Rennen. Du glaubst, dass du schnell bist? Beweise es. In der Nähe gibt es ein Grand Premio. Sieh dir deine Karte an, geh ans Handy und gewinn einen Preis für mich. Läufer. Die beste in der Nähe. Grand Premio. Natürlich gibt es auch hier eins. Was schnappen wir uns? Natürlich. So ein bisschen Metall. Ja, Werkbank brauchen wir gerade nicht, glaube ich. Und hier. FND Information Vorratslieferung. Okay. Das ist wieder mal so eine Abfangmission. Ist hier noch was? Wow. Wie viele kriegen wir denn hier an Aufgaben? Voll geil. Aufklärungsbericht Vorratslieferung. Ja, ja, ja. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Äh, hier sind wir. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Nein, glaube ich nicht. Okay. Wir könnten hier, Radio Libertad, wir könnten die Aufgaben machen für ihn. Und ich glaube, das tue ich. Weil wir sehen da ein bisschen was von der Map, glaube ich. Wir können dann hier die ganzen, äh, die ganzen Stellen hier abklappern. Sind das die einzigen? Drei Stück? Ja, drei Stück sind es. Ja, dann machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen, oder? Ich hoffe, das kriegen wir hin mit unserem, mit unserem Gefährt. Aber ich denke, wenn er keine Luftabwehr ist, kriegen wir das doch hin. Ich gehe noch ganz kurz hier hin. Hey, mein Freund. Du hast was für mich. Dani, kennst du die Wasserfälle am Banditensteilhang? Dort fährt ein Militärkonvoi lang. Wenn du vorsichtig bist, kannst du sie überraschen. Okay, danke, aber von Boy ist nicht so meins. It is not so mine. Ich hätte gerne mein, äh, da ist er schon. Mein Flugobjekt. Minicopter, let's go. Geht mir für eine Party mal. So, oh, tschüss. In diese Richtung müssen wir. Aber nicht gegen den Berg fliegen, bitte. Wir müssen natürlich aufpassen, dass hier auch keine Flugabwehranlage ist. Naranjo. Ja, bisher sieht es gut aus. Okay, hier gibt es Ärger. Frag hier mal. Ich hoffe, das ist okay. Ja, wir stehen gut. Wir stehen gut. Da können wir auch locker wieder zurückkommen. Okay, müssen wir jetzt hier hoch, oder was? Kann ich mich hier in Ruhe umsehen, oder werden wir hier direkt... Oh, guck mal hier. Na, wenn. Das ist kein Zufall. Das ist ein fettes Loch im Zaun. Oh. Die Soldaten stehen mir im Weg. Hier muss ich gut aufpassen. Das ist ein Engineer. Das kriegen wir schon hin. Und Dani, keine, keine Unruhe. Uiuiui. Oh mein Gott. Benzin schnapp ich mir. Ah, schon wieder. Was ist das? Scheiße. Alter, mein Finger. Okay, das lief wieder mal sehr gut. Ich wollte ihn eigentlich von oben nicht schießen. Okay, okay, ich gehe ja schon. Komm her. Hier gab es keine Alarmanlage, glaube ich, ne? Sonst hätten die schon längst eine gerufen. Unser Glück. Unser Glück, deren Pech. So, ein bisschen Metall nehme ich mit. Das nehme ich mit. Alter, was stehen denn hier alles für Wagen rum? Missionsfahrzeuge. Was? Das ist ein Missionsfahrzeuge. Okay. Keine Ahnung, warum. Kulturministerium, Mediengenehmigungsvorschrift. Alle potenziellen Kanäle, Websites, Vorführungen, Aufführungen, Veranstaltungen müssen. Einen Antrag auf Inhaltsgenehmigung ausfüllen. Darin enthalten Medienaufführungszielformulierung oder Zusammenfassung des Werks. Liste des Inhalts, der Inhalte, Namen und Adressen aller beteiligten Personen. Stream, Sendung, Screening, Veröffentlichung über genehmigte Regierungswebseiten, TV-Kanäle, Veranstaltungsorte. Keine unabhängigen externen Seiten, Kanäle erlaubt. Live-Aufführungen, Veranstaltungen müssen ein Vorsprechen, eine Werkschau beim Kulturministerium beantragen. Nach der Inhaltsgenehmigung. Was? Bei Geschichten und Gedichten auch? Hinweis, das Kulturministerium ist Eigentümer aller Materialien, die im Antragsverfahren nach Erhalt geprüft werden. Sehr wie in Nordkorea hier. Was ist denn das hier? Katastrophal. Ich dachte schon. Katastrophal. Hier gibt es ja gar keine Meinungsfreiheit. Ich interagiere mal. Die Antenne hat es schafft. Gut. Bleiben noch zwei. Okay. Das war auch schon die Aufgabe, die wir erledigen mussten. Für den guten Bitcho. Das war alles. Wo ist denn die Kiste? Ich sehe nicht mal eine Kiste. Aber hier auf der Minimap schon. Dann ist die wahrscheinlich da oben, ne? Dann dürfte die da oben sein. Oh, ein bisschen Munizian. Danke. Okay. So. Einmal hochziehen bitte. Aus purer armes Kraft. Ist das noch ein Wort? Armes Kraft? FND. Einsammeln. Was gibt's? Ja, ein bisschen Schießbrüge. Okay. Gut. Brauchen wir nicht. Warum das hier ein Missionsfahrzeug ist, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Aber egal. So, ich würde gerne hier hin. Zu meinem guten Freund. Okay. Nächstes Ziel ist hier, aber ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Na, da kommen wir nicht hin. Ne, das wird nichts. Schade. Wir müssen das Ding hier ausschalten. Ich will nicht, dass sie uns abschießen. Verdammt. Ja, ich probiere es mal trotzdem, aber ich glaube kaum, dass wir da ankommen werden. Ich gucke mal, was passiert, wenn wir da rüberfliegen wollen. Unidentifizierter Pilot, identifizieren Sie sich. Wie lautet Ihre Erkennung? Action. Oh, unter dem Radar. Wir fliegen unter dem Radar und werden nicht erkannt. Okay, cool. Das wusste ich nicht. Die erwichten uns egal, in welcher Flughöhe wir sind. Das ist ja interessant. Da können wir ja doch rumfliegen. Jetzt machen die Olo was über mich. Also wir könnten rumfliegen. Das ist, glaube ich, nicht das Beste. Wir können uns auch im Pferd nehmen. Ich glaube, ich nehme lieber ein Pferd. Da muss ich nicht so aufpassen. Oh, hoch. Was? Was ist mit dir? Kann man mit dir reden? Du redest so viel. Hier ist ein Ausrufezeichen, sehe ich gerade. So, was haben wir denn hier Schönes? Illegaler Paria-Ring in Kirche. Am Dienstag um 2.48 Uhr stürmte das Militär eine Kirche in Noventarmas. Voraus ging der Aktion zahlreiche Berichte über verdächtige Aktivitäten in Bezug auf das Gebäude, die den Protektores de la Patria vorgetragen wurden. Merkwürdige Gestalten in Lumpen, die Selbstgespräche führten und Personen in schutzsicheren Westen und Tarnkleidungen wurden zu allen Tages- und Nachtzeiten dabei beobachtet, wie sie in dem Gebäude ein- und ausgingen. Die Durchsuchung förderte einen Libertadunterschlupf im Innern der Kirche zutage, in dem Sprengstoff, Drohungen und Waffen gehortet wurden. Okay, aber das war nicht das Ausrufezeichen. Das ist hier. Das hing hier. Was? Aber hier hängt nichts. Mann. Ist das drinnen? Es ist wahrscheinlich eher drinnen an der Wand, oder? Kann ich mir vorstellen. Aber wie komme ich hier rein? Klettern bringt nichts. Nein, keine Fenster. Kann man das Ding jetzt zerstören? Nein. Hier geht es auch nicht rein. Äh. Ich möchte mal denn da rein. Vielleicht doch vom Dach. Ist ja ein Loch im Dach oder so. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Egal. Keine Ahnung. So ein braves Pferd. So ein braves Pferd, ja. Und da ist eine Schatulle. Was? Schreiten wir so rum? Ich will doch nur die Schatulle hier. Da ist sie schon. Hilfe! Hilfe! Spaß! Ihr dachte, ich schieße, ne? Gib's zu. FND-Mütze. Cockpit-Deko. Nö. Wo ist eigentlich mein Pferd? Los, schnell weg hier! Oh, da ist ein Gramm-Premio-Rinn. Ja, komm, dann geh mal hin. Dann gehen wir doch mal hin. Hallo! 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 Okay. So. Äh, darf ich mitmachen? Um was für ein Rennen handelt es sich? Oh, ein echter Klassiker! Ich liebe den Geruch von altem Leder und einem heulenden V8. Du nicht auch? Aber pass auf die Sprünge auf! Die Stoßen versammt nicht. Das wäre das, was sie mal waren. Okay. Ein V8-Motor. Der scheint was drauf zu haben. Aua. Aua. Was zum... Äh. Jetzt. Aber wie... Ja, okay. Willst du mich verarschen? Warum fährt ihr mit... Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Fünf Sekunden. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das kriegen wir hin. Leben am Limit, nenne ich das. Ich glaube, wir dürfen keinen Fehler mehr machen, oder? Aus dem Weg. Lässt sich aber gut fahren, das Ding. Gut in den Kurven. Einigermaßen. Okay. Was ist das für ein Auto? Das gefällt mir. Aus dem Weg! Ich hube mal ein bisschen. Oh nein. Schon wieder sowas. Gut. Das klappte besser, als vorhin. Ja, wir sind jetzt bei 18 Sekunden. Das ist okay. Ich glaube, das kriegen wir jetzt so langsam gemanagt. Okay. Wow. Aber eine coole Strecke, muss ich sagen. Und da ist das Ende. Nice. Yes, baby. Das ist ein cooles Auto. Was ist das? Wer schießt da? Scheiße, ich bin gut. Du bist Hammer, baby. Ruf durch, falls du noch ein Rennen willst. Verdammt. Ist das unser Auto? Habe ich gar nicht gekratzt. An der Fahrweise. Okay. Aber es ist anscheinend unser Auto. Wir hatten ja eigentlich vor, hier die Dinger hier zu machen. Aber wir sind jetzt komplett in die andere Richtung gefahren. Und wir sind aber immer noch in dem Gebiet. Wir sind immer noch hier in Noventarmas. Und da würde ich auch gerne hier flüssige Courage machen. Gerüchten zufolge geht in der Brauerei etwas Seltsames vor sich. Das sollte ich mir ansehen. Ich meine, wir sind ja schon da, ne? Nicht mal 100 Meter. Ich wäre ja blöd, wenn ich das hier nicht mache. Sorry. Geiles Auto. Ich meine, das ist sogar unser normales Auto, oder? So, eine Brauerei also. Was geht denn hier ab? Kommt man hier einfach rein? Oh ja. Äh, live, love, love. Das ist doch Maria Marquesa. Ja, das ist sie. Oha. Hier nochmal ein Groß. Hübsche Frau, muss man sagen. Aber ein Teufel. Ein Teufel, den wir vernichten müssen. So, ich lese einfach mal hier. Hingekritzelte Nachricht an alle Mitarbeiter betrefft Ankündigung von Sofortmaßnahmen. Maria Marquesa verfolgt eine Null-Toleranz-Politik für falsche Yarana, unbefugte Besucher, Landstreicher und insbesondere Hausbesetzer auf ihrem Grundstück. Der Vorbesitzer dieser Immobilie kann sich auf keinen Fall in den Räumlichkeiten einschließen und eine zivile Reaktion erwarten. Ihnen wird hiermit befohlen, diese Person mit allen erforderlichen Mitteln zu jagen und zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie das Eigentum der Ministerin respektieren und nicht zu viele Schaden anrichten. Ich schlage vor, Sie beginnen Ihre Suche mit einer Überprüfung der ehemaligen Büros. Denken Sie außerdem daran, alle Wertgegenstände, die möglicherweise beiseite geschafft werden, zurückzufordern. Fangundes, J. Captain. Das sollten wir. Ich wette, er hat sich in sein Büro verschanzt. Wahrscheinlich hat er das. Okay, was ist denn... Das ist auch Maria Marquesa oder was? Okay, Star Rocket. Menü de bebida. Okay, Getränkekarte. Kann ich hier durch? Kann ich. Kann ich. Will ich da durch? Weiß ich noch nicht. Wir gehen erstmal hier lang. Hallo. Was bist du? Interagieren könnten wir hier. Warum nicht? Das hat ja mal gar nichts gebracht. Okay, hier kann man noch was lesen. Flüssige Courage an die neue Belegschaft. Damit ein reibungsloser Übergang vom ursprünglichen Besitzer auf das Personal von Miss Marquesa gewährleistet ist, sollen die folgenden überaus wichtigen Informationen beachtet werden. Das automatische Druckablasssystem unseres Dampfkessels funktioniert nicht, also sind sämtliche Druckventile bis auf weiteres deaktiviert. Bitte schalten Sie nicht wieder an. Dies würde ein extremes Sicherheitsrisiko für alle Personen im Gebäude darstellen. Sollten sich Druck im Tank aufbauen, lassen Sie ihn bitte manuell mit dem Hauptknopf ab. Bitte Ventile nicht aufdrehen. Ja, ja klar. Überhaupt kein Problem. Also werden wir alle Ventile aufdrehen, nicht wahr? Gehe ich von aus. Wir haben doch schon eins. Nicht genug Druck. Noch nicht genug Druck, okay. Das heißt, wir müssen die anderen Ventile erstmal finden. Da unten sehe ich schon eins. Ich suche erstmal hier oben. Vielleicht finden wir hier eins. Wo geht es denn hier hin? Vielleicht zu einem weiteren Ventil. Okay, ne, hier geht es einfach nur raus. Aber vielleicht ist das Ventil ja trotzdem hier. Kann ja sein. Best im Henker. Kann man nur hoch. Aber kann ich auch hier hochklettern? Ich könnte jetzt hier runter rausspringen. Aber das ist ja... Das ist ja unsinnig. Ich will ja gar nicht raus. Okay. So, dann mache ich doch erstmal dieses Ventil hier unten. Das haben wir ja schon gefunden. So, Nummer eins. Der Druck erhöht sich. So. Medizin, vielen Dank. Hier ist auch ein Lämpchen grün geworden, sehen wir. Jetzt in der Mitte. Okay, wo sind die anderen? Es vibriert auch ganz schön, muss ich sagen. Der Controller gerade. Gehen wir hier mal... Achso, das ist derselbe Raum hier, ne? Ja. Das bringt ja mal gar nichts. Wo geht es denn hier hin? Ja, so ein bisschen Schrott kann man immer gebrauchen. Kann man die Leiter hoch? Kann man. Gehen wir gleich mal hin. Büroschlüssel. Aha. Kann ich hier vielleicht rein? Nee, aber da ist der Schatz, den wir suchen. Naja. Sonst sehe ich von hier nichts. Wo sind die anderen Ventile? Oder bin ich jetzt komplett blind? Kann natürlich auch sein, ne? Hier ist ja auch noch ein Durchgang. Da geht es ja auch noch irgendwo hin. Okay, wahrscheinlich müssen wir hier entlang. Einsammeln. Vielen Dank. Ein bisschen Medizin. Merci. Was hast du hier hinten drin? Gar nichts. Hier geht es auch nicht raus. Oder rein. Vielleicht sind ja auch Außenventile. Kann natürlich auch sein. So, Schrott mitnehmen. Merci, merci. Was bist du? Gar nichts. Prekaution. Hoppa. Nichts. Okay, auch hier gibt es nichts zu holen für uns. Was ist das für ein Geräusch? Ist das ein Hund gewesen? Okay, hier könnte man hochsteigen, aber... Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Was ist das denn hier alles? Hier kann man aber auch nirgendwo rein. Ach, hier ist der Schatz. Warum erfüllen wir das Ding nicht einfach von hier? Dann hat sich die Sache. Das ist auch viel einfacher. Hä, wo sind denn die anderen Ventile? Jetzt mal ernsthaft. Ich bin total blind. Hier könnte man draufklettern. Das bringt aber nichts. Da ist nichts. Im Suchgebiet sind wir jetzt. Okay. Okay, ich gehe nochmal hier rein. Was ist das denn hier? Wo geht es denn hier hin? Hallo? So, so, so. Das war der zweite. Okay, aber ist das hier dann der dritte? Oder nicht so? Da müssen wir noch einen finden. Ich muss mehr Drücker zahlen. Okay. Wir müssen noch einen dritten... Noch ein drittes Ventil müssen wir finden. Ist das hier im Raum? Ich sehe gerade kein Ventil hier. Ich frage mich immer noch, was das hier ist. Oder ist das Ventil hier unten irgendwo? Das kann man nicht zerstören, einfach so, oder? Nein. Das Ventil ist auch nicht hier unten. Nö. Ja, wow. Hier kommt man ja einfach raus. Was ist denn hier draußen eigentlich los, wenn ich mal fragen darf? Ich habe wieder geballert wie wild. Okay. So, wo ist denn das dritte Ventil, Mann? So schwer kann es doch nicht sein. Bin ich jetzt total blind? Okay, wir hätten auch hier lang gekonnt. Ganz einfach. Ich mache es mir viel zu schwer, glaube ich. Viel zu schwer. Ah, was ist das denn da? Okay. Kann ich hier hoch? Ja, das geht. Okay. Ja, ist ja gut. Alter, war das laut. Ist das laut? Ist das laut? Oh nein, ich habe ziemlich viel. Oh Gott. Oh mein Gott, wir sind besorben. Oh mein Gott. Wir sind besorben. Was passiert jetzt hiermit? Nichts. Immer noch nicht. Okay. Ekelhaft. Das Gefühl. Also, wenn man besorben. Und trotzdem trifft er das Ding einfach, weißt du? Nein, nicht runterfallen. Du Trottel. So, nochmal. Hallo. Ist jemand zu Hause? Okay, wow. Das war ein Sprung. Ich springe gerade aus und der springt nach ganz woanders hin. Das ist ja ekelhaft. Ach, da ist ein Rohr. Hier so ein Durchgang. Da kann man mit. Oh mein Gott. Oh, ist das ekelhaft. Da fühle ich mich ja schon besorben bei. Danke, danke. Ein paar Jesus. Hesos. Wir machen. Der hier unten. Alter, wie kann man so besoffen sein? Wie viel Prozent hatten der Scheiß? Wie viel Prozent hatten der Scheiß? Benötigt Büro. Ach, hier. Die andere Seite. Die andere Seite. Die andere Seite. Die andere Seite von der Bürotür. Okay, okay. Ja, ja, ja. Wir gehen hoch. Oh mein Gott. Ich kann überhaupt nicht geradeaus laufen. Ich wollte gerade sagen, das ging aber jetzt schnell. Ja. Da war noch ein Zettel bei ihm. Den lese ich erst mal. Ich schnappe mir erst mal das ganze Zeug hier. Wie schnell wir wieder nüchtern sind plötzlich, weißt du? Okay. Handschriftlicher Rundbrief. Hier oben bin ich sicher. Die kriegen mich nie. Sie haben meinen Traum zerstört, indem sie Marias Logo auf alles geklatscht haben, wofür ich so hart gearbeitet habe. Damit kommen sie nicht durch. Ich habe mit der jahrzehntenlangen Erfahrung im Braun und meiner lebenslangen Liebe zu Flüssigkeits-Raketentriebwerken eine Waffe der Vergeltung gebaut. Ich habe keine Angst, sie einzusetzen. Was? Was? Was haben wir hier bekommen? Was haben wir hier bekommen? Haben wir etwa eine Waffe bekommen? In den Orbit. Was? In den Orbit? Was ist das für eine Waffe, Mann? Okay, das ist ein Raketenwerfer, klar. Aber was ist das für eine Waffe, Mann? Rett 4 Raketen schalten Gegner als Ziel auf. Der Waffenschaden gegen Gegner unter dir erhöht sich. Okay, das scheint ein krasser Raketenwerfer zu sein. Wie sieht denn der aus? Wow. Okay. Sieht aus wie eine Raumstation. Deswegen wohl auch, ja, in den Orbit. Also das macht absolut Sinn. Schöner Fund. Also wenn wir mal einen Raketenwerfer brauchen, probieren wir das Ding mal aus. So, aber jetzt möchte ich doch gerne raus hier. Und wir kommen durch die Tür wieder raus, ne? Valerie, Hermosa, okay. Uninteressant. Medizin, danke. Ich will einfach nur raus. Ich hasse es, besoffen zu sein. Ich hasse es. Komm ich hier raus? Ja. Oh, oh, oh. Das sieht krass aus. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn wir da irgendwann sein sollten. Ich glaube, das würde krass werden. Ich freue mich schon.